ich habe was vergessen darum wollte ich das video eigentlich gemacht haben ich denke gerade was liegt denn hier ja es geht um folgendes also ich werde die pfeife ich habe hier eine pfeife und heute habe ich mal vorgestellt eine parker etwas älteres modell ich habe die vor zwei jahren letztes jahr nicht also vor zwei jahren habe ich die zu meinem geburtstag mir gegönnt die hat die hat 89 euro gekostet die ist mir aber zu groß ich habe die zweimal geraucht da geht da geht richtig familienpfeife geht richtig was rein die ist nicht gefiltert sieht so aus ja also ich zeig dir noch mal hier schön das ist ein ebonit mundstück ich hab das noch mal aufpoliert das nervt mich ja die muss andersrum machen da ist ja auch so eine markung dran hier also die wäre zum verkaufen zur größe sage ich mal hier das ist ein herkömmlicher reiniger also die ist etwas länger als ein pfeifenreiniger ist schon ein ordentlicher brummer auch schon dickwandig also wenn ihr die haben möchte kann mir ja mal was sagen in gute hände abzugeben zweimal geraucht schöne parker ja das wollte ich eigentlich noch gesagt haben das war jetzt der hauptgrund also liebe leute bis später tschöö